Wir sind in Berlin auf der IFA und Sony hat das Xperia 5 vorgestellt. Das ist quasi ein kleineres Xperia 1, hat jetzt nicht 6,5, sondern 6,1 Zoll in der Diagonalen. Und wir hatten es schon in der Hand und sagen euch, wie wir es finden. Das Xperia 5 ist wieder im 21 zu 9 Format. Was sich hier besonders gut anbietet, ist der Splitscreen-Modus. Da könnt ihr zwei Fenster gleichzeitig öffnen und neuerdings auch, wenn ihr das Handy quer haltet. Finde ich ganz praktisch, generell gefällt es mir auch ganz gut, weil ich habe nicht große Hände und komme trotzdem überall am Display ran. Das Display hat eine Full HD Plus Auflösung und keine QHD Plus Auflösung, ist aber eigentlich im ersten Check nicht schlimm. Alles ist scharf, ein bisschen heller könnte es aber sein. Auf der Seite sitzt ein Fingerabdrucksensor, der auch ganz gut zu erreichen ist. Und über die Sidesense-Funktion könnt ihr wieder Apps, wie zum Beispiel die Kamera-App starten. Apropos Kamera, da gibt es auch wieder eine Dreifach-Kamera mit einem Ultra-Weitwinkel-Objektiv und einem Zoom-Objektiv. Und alle knipsen mit 12 Megapixel. Ich bin gespannt, was da bei den Fotos rauskommt. Das Sony Xperia 1 hatte so ein paar Probleme mit Unschärfe. Wir gucken mal, was da so im Test rauskommt. Auf jeden Fall gibt es auch wieder einen Augen-Autofokus. Das klappt auch wirklich immer gut. Innen arbeitet ein Snapdragon 855 zusammen mit 6 GB RAM. Und der Akku hat eine Kapazität von 3.140 mAh, was wahrscheinlich ganz gut ist. Aber ein bisschen mehr dürfte es auch bei 6,1 Zoll schon sein. Was ein bisschen schade ist, und das ging auch schon beim Xperia 1 nicht, ist, dass ihr Fotos und Videos in der normalen Kamera-Einstellung nicht im 21 zu 9 Format machen könnt, sondern entweder 4 zu 3, 16 zu 9 oder 1 zu 1. Irgendwie schade. Dafür gibt es die Cinema Pro App. Da könnt ihr ganz spezialisiert filmen und euren Weißabgleich oder die ISO selbst einstellen. Ist ganz cool, aber würde auch nicht schaden, wenn das in der Standardeinstellung geht. In Kürze gibt es Xperia 5 mit 128 GB internem Speicher für rund 800 Euro. Das ist nicht gerade wenig. Ich erwarte auf jeden Fall eine gute Akkulaufzeit und vielleicht Verbesserungen in der Kamera. Wir sind gespannt, was im Test rauskommt und senden euch liebe Grüße von der IFA.